Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir wollen dieses schöne Osterevangelium von Maria vor dem Grab noch einmal in der Weise bedenken, wie es in ihren tiefen Betrachtungen Adrienne von Speyer gesehen hat. Ich finde das sehr nachdenkenswert und anregend, wenn sie Folgendes schreibt. In der Buße, Maria als die große Büßerin, in der Buße begibt man sich des Rechtes zu verfügen. Darum blickt Maria in das leere Grab. Sie blickt hin zum Orte des Herrn. Aber der Platz ist leer. Er soll es auch sein. So braucht es der rechte Glaube. Maria vertraut und schenkt hinein in die unbegreifliche Leere. Sie tut das Beste von dem, was sie kann. Denn um die Auferstehung kann sie nicht wissen. Sie geht dorthin, wo der Herr war, wo Hoffnung besteht, ihn vielleicht zu finden. Sie sucht. Sie blickt im Auftrag des Herrn in die Leere. Sie ist in der Nichtsicht. Die Sicht hat der Herr ihr genommen. Aber indem sie nicht sehen schaut, weil dieser Blick ihr aufgetragen ist, hat sie den Glauben. Sie hat hinter sich die Erlösung von ihren Sünden und das Erlebnis des Kreuzes. Vor sich hat sie die Leere des Grabes. Aber sie darf sich nicht an das Gewesene klammern, nach rückwärts sehen. Der Glaube fordert, dass sie den Blick in die Leere hinein erträgt. Indem sie die Leere des Grabes in sich aufnimmt, macht sie sich unbewusst fähig zur Aufnahme des ewigen Lebens. Dadurch, dass sie den Herrn dort sucht, wo er nicht mehr ist, wird sie fähig zum je Größeren, zum mehr als Menschlichen, zum Göttlichen. Sie nimmt die Leere, den Abschluss in sich auf mit dem Glauben, der darüber hinausgeht. Darum ist das, was sie sieht, leer und kein Grab mehr. Es war vorher leer und ist jetzt wieder leer. Und in der Zwischenzeit hat es doch den ganzen Glauben in sich enthalten. Die Auferstehung an einem unfassbaren, unfeststellbaren Ort. Auferstehung ist dort, wo Vater und Sohn sind. Solange ich bin, solange mein Ich den Raum einnimmt, ist Auferstehung nicht möglich. Solange das Ich die Leere des Raumes anfüllt, ist die Leere nicht da, in der die Auferstehung geschieht. Solange ich den leeren Raum mit meiner Schau, meinem Wesen, meiner Hoffnung, meinen guten Werken ausfülle, ist Auferstehung nicht möglich. Die Auferstehung ist das schlechthin Unerhoffte. Wir sind nicht erlöst, um zurückzublicken und den Herrn in uns aufzunehmen, sondern damit der Herr von drüben auf uns zurückblicke und wir in ihn hinein verschwinden. Wir sind nicht mehr die, die wir bewahren. Im Verhältnis zu dem, was wir sind, ist unser Gewesenes nur noch ein leeres Grab. Sohn, wie wir ein Beauf Zuckern bekle council in fünf » Önelte. Ich bleibe. Ok.